Unsere Erde herum ist eine Luftschicht, die nennt man Atmosphäre. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ja, 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 vielleicht nicht. So, die Atmosphäre ist unsere Erde herum, wie die Tüte und den Wald. Und dann gucken wir, wenn es irgendwann kein Eis mehr gibt, wird es ja irgendwann kein Eis mehr geben. Das ist richtig. Ihr alle kennt die großen Mittelfastwerke. Fertig. Gut. Fertig. Kriegst das hin. Gut, wunderbar. Weitergeben. Gut. Strömung, komm mal hier neben mich. Ja. Das ist nicht schlecht. So, hier geht es alle noch ein bisschen runter, weil sonst sehen nämlich die da hinten nichts. Die sind abteilchen an, in ihrer Platte hin und her zu flitzen, um dadurch, dass die zum Flitzen entstehen. Aber, wie ihr merkt, wenn ich da was dazwischen schiebe, kann nicht mehr kommen. So, mein Kopf ist schnell nicht. Wenn das Ganze nochmal genauer erklärt wird, da sind noch ein paar Experimente drin, da sind noch ein paar Spiele. Nur was begriffen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wird auch verstanden und wird danach umgesetzt. So, wenn wir sagen, wir wollen, ich platte mal. So, ich Ton. Vielen Dank.